So, Leute, wir sind wieder da, und letztes Mal musste ich schnell aufhören, wenn ein Kollege an meiner Tür war. Äh, ja, wir sind, was immer, was immer, was immer, was immer. Okay, ähm, und, ich habe eine, als Entschädigung quasi, habe ich einen komischen Gast dabei, der mir ab und zu mal wieder dreulabert. Stell dich vor. Hahaha, komischer Gast. Ja, ich bin's, Clive. Genau, Clive. Clive, Clive. Sein Kanal wird unten in der Beschreibung verlinkt sein, oder irgendwo, halt, ihr seht's dann schon. Oder im Video, wenn du überhaupt... Wenn ich's schaff, ich bin ja so technisch egal. Ich wirklich schaff's. Seht ihr nicht, aber mich stört. Puh. Oh my God. Frames. Ich schaffe meine Frames. Ja, bis die Sinne... Federer, 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 Federer. Okay, ähm... What the fuck? Ähm... Ein kleiner Schlüssel, äh... Kann mehr... Kann mehr... Kann mehr nochmal testen? Ich bin schon spezialisch, im Aberkreis. Uuuuuhh... Das ist ja, aber dafür muss ich jetzt nicht mehr zurück. Ne, boah... Ne, boah... Und das ist ja so, wie das ist. Das ist ja so... Das ist ja so... Das ist ja so... Wuhh... Jetzt mal die Action. Wuhh... 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 Ah... Gegen die Wand, ich hasse... Und irgendwas stimmt mit der Frames, die hast du... Die hast du... Okay. Runganer Block. Blok... Ah... Okay, das ganze Video langweilig. Immer wieder aberkreift. Das ganze Video langweilig jetzt runter, meinst du? Ah... Äh... Das war knapp. Nein! What the fuck? Wieso... Wieso springt der Typ? Das ist doch unmöglich. Der Hebel ist schon scheiße, wir g'se nix nochmal zurück. So... Und... So... Und so... Und so... Und jetzt wie weiter? Hallo! Boah! Boah! Ja... Nein! Ja! Nein! Nein! Knapp da vor, Alter! Nein! Nochmal! Okay, mein Channel heißt nicht immer so schlecht fail! Nein! Okay, dass ich... Das rekenne... Ich bin... Okay... Bist du nervös, weil ich dabei bin? Nein! Schau mal den Hinweg an! Beim anderen Video... Da hab ich genauso... Gefehlt! Ja! Endlich! Applaus, Applaus! Das wir genau so beschießen! Und... Und... Ach, das sieht noch relativ einfach aus! Und was ist mit meinem Freund los? Ja! Ich weiß es nicht! Das war sch... Ja, zum Glück... Ist das kein Loch! Das heißt, ich kann da wieder! What the fuck! Okay, warum? Ja! Mir ist auch während deinen Aufnahmen aufgefallen, wenn du mal voll am Arsch bist! Äh, denn Latsch sehr größtenteils gerne weiter! Äh, anstatt dann so wirklich Töppe zu zerbrechen und Gras wegzuschneiden oder mal einen Tunnel zu besuchen, rauszugehen, da reinzugehen und so weiter bis zu voll bist, so würde ich das persönlich! Ja! Trotzdem, Chris ist irgendwie immer gedreht! Ja, das ist so eine Spezialität von mir! Okay, ähm, irgendwie habe ich nur 30 Frames! What the fuck! Hast du nicht gelockt? Doch! Hm! Lock Framerate! Naja! Ich krieg's schon, Gedanken! Okay! Da, Töpfe! Töpfe! Oh, Mann! Das wird ne Scheiß aufmachen! Oh mein Gott! Das liegt gerade als du ohne dich! Du bist schuld! Ja! Gib mir die Schuld! Ja, Ingmar, mir muss ja! Gib sie doch, Link! Das ist Zelda! Woll grad' sagen! Nenn mich noch einmal Zelda! Ach, dann schieß ich dir da, Töpfe! Woll! Ow! Ahh! Erkennen! Kuscheln mit Monster! Hm, Schwabbel-Monster! Hm, Schwabbel-Monster! So schwabblig sah mir das sie nicht aus! Für mich schon! So, das Virek des Todes! ja und es Arten es war kurzfristig wenig ich weiß gar nicht durch hinten mit der in der Vorfahrt und ich schaffte dann in der Städte Tüte um wahrscheinlich mit mir damals die Macht der Gewohnheit er okay die Gerd der Aufnahme von mehreren also als und oftmals ist die Aufnahme seit du redest die er hat die Nein! Oh mein Gott! Du hast Französisch! Äh... ok... Nein... Ah, Moment mal! Nein doch nicht! WTF! Ich kann auch nicht hin! Okay, so... So... Und... Ich hab' nicht gefühlt, wenn ich jetzt nicht auf mich gleich abbrechen! Ich hasse meine Framerate! Framerate! Ich verfluche dich! Das geht so schön hin! Nein, okay, warte mal! Äh, fahr' ich mal auf! Wie zur Hölle schlägt das hier? Hä? Ja, ja, da, da, da! Da, da! Ja... Neben dem... Kopf! Ich komme nicht weiter! Ja, genau rechts! Rechts! Das ist so! Ich hab' nicht gesagt! Ja, nach rechts gehen vielleicht wäre eine Methode! Jetzt bist du hoch gegangen! Und, was du wär' ans Ziel... Ja, das muss ich! Wenn ich rechts gehe... Wenn ich rechts gehe? Dann ist das im console die Mauer des Todes, nein die Mauer des Aufenthalts! Die Mauer des Zorns... ich gebe dir jetzt eine Zorn da aber oh man leck und der Link wird zwar nicht das ist Zelda da waren wir uns doch gerade einig waren wir das? da waren wir ok wird Zelda voll sauer nein nein ja das wäre ein bisschen Fail wenn du da rein rennst und es oh my god Frame Rate aber ich muss das eben genau auf dem Grund oh my god die Aufnahme zur Scheiße das nur weil du dabei bist ja oh ah genau da ich noch irgendwo hier kann Herz Bombe komm schon Topfen Bomben oh mein Gott es ist also echt nicht schön so zu spielen da toll nein komm ah ähm warum ist er zurück? ähm ähm weil da Regina nicht eine Weiche war sondern gerade die Strecke da ich muss den Schalter umlegen damit da siehst du das und dann so klopp und dann ist das eine Weiche aha mhm und gescheit wie ich war habe ich vorhin und gescheit das klopft haha es geht aber so wenn ich nicht gegen Teller komm da hin ich ich wo es geht das das verknappt ja das liegt daran dass ich lex haben jetzt kann ich slow motion er kann auch rückwärts springen wenn man es richtig anstellt ja äh ja theoretisch schon manchmal aber man muss nein hier war ich auch schon Wotter Bahn mit Marisa auch manchmal wird springen wie ein Loch ja das eventuell auch vielleicht ganz so an Booten Loch irgendwas ok ok ich bin ratlos ziemlich und ich erst damals schon keine Teilung von Zelda wie hab ich zugekommen äh das einzige Spiel was ich bisher wirklich von Zelda gespielt habe das ist einmal ähm Minish Cap und da ich weiß nicht wie weit ich bin ich hab da glaube ich zwei Elemente von ähm und dann nochmal Twilight Princess oh my god ja da bin ich ungefähr so weit wo das schloss sich verdunkeln tut es etwas weiter es tut sich verdunkeln ich hab da keine Peilung von um um kein kein nix aber halt richtig auf Konsole ne nicht hier nicht auf Emulator ja nicht richtig richtig legal auf Konsole da ja Tür mit Schlauch mit Schlauch mit Schlauch mit Loch ja mit Schlauch weh mit um um ein ja weh na gar gar mit ich mich 3 mehr falsch war knapp durch ein schlöger mit dem erlauben es ist dein Netzplay ich will dir nicht die Schuhe stehen ich werde wer weiß allein bin ich schon dabei bin kann ich die Schuhe stehen war zu ein Bildung ist auch keine Bildung wenn hier die Bildung als du Tuschel fahrrad das war Intelligen das war fehl Helium Artikel schon was von Sarkasmus Prozent Prozent ich bin schon über Sarkasmus raus ich bin immer zynisch ach so was ist das stimmt das muss man den Zuschauer erklären was das ist äh auch das muss uns ja erklären wir Zynismus ich Prozent ein Letzten ja hab ich gefragt was das ist ja und du hast gesagt du sechst du feist gebildet das hast du behauptet hierher ein das hast du gesagt ich kenne dich gar nicht ja da und mein Gott mit Ruhe die einfach dadurch Kompass und ich kann benutzen Sprachfähig selber ich sehe ich meine ich auch gerade mit Sprachfähig aber so lieben da liegen so viele Töppel ja ja auch mit zu seiner Einung Euro die Gänse ich werde mit mir fünfzig Prozent haben nichts drunter und der Rest die Bomben die nach unten Rubin wenn ich nicht brauchen kann nicht mehr in der Ahnung von den Spielern ist es ist wenigstig ein her Prozent er hat gleich ein gesprungener Füllung und Bombe aber ich habe mich hatte okay also sagt nicht gar nichts mehr gute Idee aber Gott alle auf mich es gibt so etwas wie ein Schwert was man nutzen kann ja ich bin ja nicht dabei oh mein Gott das schmied es gibt so was wie ein Schwert was man nutzen kann ja aber nicht geht hier, da muss ich Bumerang ja, Aborigin-mäßig Herz und jetzt bist du von deiner Energie genauso weit wie vorher du ja irgendwie schaffe ich es immer und oh mein Gott vielleicht sollten wir einen paar Mal beenden wieso, wie weit sind wir? 16 Minuten ungefähr 15,14 kommt drauf an wie viel ich raus schon an dem Anfang wahrscheinlich noch eine Minute ja und was ist wenn du jetzt einfach weiter machst? dann muss ich zwei Parts mit dieser scheiß Framerate aufnehmen ja das stimmt auch wieder ja gut Blut den Macht halt immer okay also ja so Endbildschirm 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 Errungenschaftenbildschirm so ein Endboss stellt sich niemals als Endboss vor ich bin der Endboss okay also das ist sie mit dem Pseudo Let's Play together mit dem Spass wo Trieret du bist meint und was soll denn hä? ich hab überhaupt nicht verstanden was du gesagt hast ein Spass wo Trieret was? ein Spass der reinredet ach so ja was redest du mir denn die ganze Zeit rein Mann? das ist meine Show deine Show meine Show okay dann verabschiede ich mich für ihn weil er es einfach nicht drauf hat macht's gut Leute haut rein bis zum nächsten Mal genau bye